Hallo, was haltet ihr davon, wenn wir jeden Tag um 20 Uhr fünf Minuten innehalten oder meditieren auf der ganzen Welt? Jeden Tag um 20 Uhr. Ganz einfach. Zu Hause, beim Essen, egal wo. Fünf Minuten. Danke, danke. Ich glaube durchaus, dass manche Leute auch mehr als fünf Minuten wollen. Also es müssen nicht genau nur fünf Minuten sein. Bis zum nächsten Mal.